Ich sitze jetzt schon fast eine Stunde an dem. Cool. Ich habe beschlossen, ich gehe gleich noch um was fast, bis jetzt ich muss einkaufen. Ich habe keine Lust mehr zum Kochen. Hallo Band, wie geht's dir? Wir warten auf den Kuloss. Ah, böse Band. Hm. Dass wir halt beide darauf warten, dass ich fertig werde, nur damit ich mich dann 50-50 entscheiden darf, wen von euch beiden ich host oder was. Das ist interessant. Was drauf ist einfach kein. Ich gehe dann nackt, ob ich jetzt erstmal einkaufen. Kommen wir dann. Da ich ihn gleich hoffentlich tot habe, können wir dann halb 10, ja? Cool. Das wird so lustig, da jetzt nochmal hinzukommen. Okay. Ich bin nur hier wegen Host, Kappa. Indeed. Du bist hier, weil du das Spiel magst. Halt dich doch fett. Ne, ich hänge ihn schon wieder an der Schalsäcke. Xone braucht den Most eher. Weiß nicht, Xone hat inzwischen seine 3, 4, 5, 6, 7... ...Albic Solid Base. Benutzt doch beide Hände, bitte. Haha. Letzten Spaß nochmal. Uff. Uff. Könnt ihr Essensvorschläge machen, was ich gleich esse? Ich hab nämlich keine Ahnung. Du hast nämlich ja Hunger. Ja, du hattest 10 View und schon wieder die Frage im Chat Cam? No Cam? Problem ist der Female Streamer. Ich bin noch nie. Ich bin noch nicht in Ordnung. Ich bin noch die Sache. Ich bin noch nie. Ich bin noch nie. Alter, mein Magen. Wie heute alle H1-Dings-Kürchen streamen. Dieses neue D7-Vorschnitt-Gedönse. Ich seh da eine Schwachstelle, Freundchen. Okay. Ballsy-Jump, Ballsy-Jump. Nimm Shirt mal Käm ein, Xone, ich hab keine Käm. Du nimmst mir 20€ und komm mir eine Käm. Ganz simpel. Nein, er hat genau in dem Moment seine Hand bewegt. Ach, fuck it. Ja, da ist. Das ist aber auch ein scheißgelegener Weakspot. Das Ding heißt H1N1, glaube ich. Ich hab mir das noch nicht angesehen. Aber ich wusste noch nicht, dass das raus ist. Ich bin inzwischen an dem Punkt angekommen, wo ich die Musik jetzt schon so oft im Loop gehört hab, dass sie auf den Keks geht. Also so ganz leicht. Ist schon hart. Ist ja doch relativ schwer, da hinzukommen, Mann. Weil hier kann ich mein Schwert nicht benutzen. Komm schon, bitte. Och nein, was? Der hat 0,1 HP, really? Dankeschön. Crazy, crazy shit. Ewigkeiten jetzt für den gebraucht. Echt Ewigkeiten. Argo ist down. Das heißt, es bleibt noch einer. 6,44. Mal gucken, wie lange ich gebraucht hab. Mindestens eine Stunde, wenn ich länger anderthalb. Bisschen mehr als eine Stunde. Och nee, das regnet draußen. Oh, really? Fuck this. Einer noch. Absolute crazy. Absolute crazy. Oh, wow. Wow. I was no... No good. You were quick. I was no best. Du wirst die 4. Korinther in diesem Zeitraum Du wirst die 4. Korinther in diesem Zeitraum Ich habe die 4. Korinther in diesem Zeitraum Okay, die Zeit ist auch knapp Das ist schön, die Zeit ist so knapp Es werden halt auch immer mehr Tauben hier, ne? Okay, speichern Den letzten mache ich morgen Holy moly Wie lange braucht man den im Schnitt für den? Nein, ich mache morgen weiter Ich mache heute nicht mehr weiter Der letzte hat mir jetzt erstmal den Rest gegeben Für eine ganze Weile Der war nicht schön Der war echt nicht schön